Ich wurde in der Jugend mal von einer sehr, da habe ich einen Freispruch bekommen vor Gericht, fügen wir es mal so an und den hätte ich im Zweifelsfall nicht bekommen sollen. Und ich habe ihn trotzdem bekommen und da weiß ich, dass ich aus dem Amtsgericht in Stuttgart rausgelaufen bin und habe in den Himmel geschaut und gesagt, lieber Gott, ich weiß, das hätte auch ganz anders laufen können und quasi nur durch deine Gnade habe ich das geschafft, da rauszukommen und ab jetzt werde ich mein Leben ändern. Ich muss dich einmal unterbrechen, aber warte mal, du hast einen Freispruch bekommen.